Und damit hallo und herzlich willkommen zurück aus den schwindelnden Lüftern bei ARX Survival Evolved mit dem Danger. Hallo! Und ja, du baust eine Hütte und ich fliege sinnlos durch die Gegend. Ja, ich versuche eine Brücke zu bauen eher, aber... Okay. Es wird ja mal gesagt, wir sollen alle ein bisschen mehr Brücken bauen, zueinander finden. Aber das Spiel lässt sich nicht. Über sieben Brücke, äh was? Ja, zum Beispiel... Holzbarrikade. Ah, es muss doch irgend sowas geben. Da hinten ist ein rotes Monument, war das nicht unseres? Ich glaube, ich fliege mal lieber in die Richtung. Lololololola. Und ob ich richtig fliege, siehst du, wenn das Licht angeht. Welches Licht? Es ist dunkel. Lassen wir das. Ich bin doch auf dem Holzweg hier. Oh Gott. Fünf Euro als Phrasenschwein, oder wie war das? Ja, ich habe jetzt oben Holzweg eingegeben und merkte sofort, sinnlos... Aber es ist doch irgendwie... Hm. Der Mond geht unter. Wir müssen unseren AG echt nochmal aufmotzen. Da muss noch LED-Scheinwerfer dran und so ein Scheiß, ne? Ich sehe langsam gar nichts mehr. LED. Wäre nicht schlecht. So einen richtigen Strahler, so... Wie so ein Megatruck. Die die ganze Kabine vorne voll mit Strahlern haben. Nein! Was machst du? Ich stehe auf dem Berg. Und Agi ist oben drauf. Aber er ist noch da. Ja. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Mann, ich wollte gerade absteigen und auf die Karte gucken. Dann hüpft der zurück und fällt den Berg runter, ne? Noch auf dem Vulkan oder schon weiter weg? Schon weiter weg. Ich habe jetzt leider kein... Ich weiß. Wir könnten gucken, dass wir schnell was anderes tamen, wenn ich hier was finde. Das würde aber eh dauern, ne? Bis das dann getamt ist und so. Hm. Verdammt. Wie soll ich denn da hochkommen? Nächste Frage, wie soll ich denn hier wieder runterkommen? Hilfe. Hängst du jetzt wirklich an so einer blöden Stelle? Ja. Schlecht. Sehr schlecht. Ich sagte, ich wollte doch nur auf die Karte gucken. Dann hüpft der da runter, ey. Er hüpft natürlich nicht ein bisschen runter. Nein, der macht gleich einen Hechtsprung. Aber es wird hell. Vielleicht siehst du dann irgendwie einen Weg. Ich stehe hier auf dem Berg, ne? Ist nichts mit Weg. Na, bei dem Vulkan gibt es ja auch so einen Trampelfahrt. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Toll. Aber ich lebe noch, gerade so. Wie siehst du schon, komm, du stirbst dann irgendwann und der Agi ist da oben. Du bist Atman, kannst du den, kannst du den nicht zu dir teleportieren? Ich bin auch kein Atman. Nicht? Warum? Das war ich doch bloß mal, wo ich hier offscreen. Kannst du dir versuchen, wenigstens die Stelle sehr gut zu merken, dass wir den irgendwann mal abholen? Ich versuche gerade mal da hochzukommen. Ich warte eigentlich auch nur, bis es ein bisschen heller wird, um zu gucken, dass ich hier irgendwie so ein, ähm, ach egal, so ein Flugsaurier. Keine Ahnung, wie die es sich gerade nennt. Bin ich ja gerade nicht fast am Abnippeln wäre, wäre das hier alles in Ordnung. Was brauchst du, Essen? Ne, Gesundheit. Junge, 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 Junge. Ja, gell, er stelle, merken, du bist gut. Irgendwo am Fluss, ne? Warte mal, ich geh mal hier hinten raus. Da waren doch manchmal auch diese Flugsaurier am Start. Hab ich da noch Pfeile dafür? 19, ne, reichen ja für die. Muss nur eben erwischen. Erwischen, da fliegt auch einer, aber das ist noch weit weg. Oh, ich hab ja den Hai. Aber mit dem Hai geh ich, ne, ich komm ja gar nicht durch. Es ist ja zu tief. Oh Gott, und da rennt ein Skorpion rum. Geh weg. Ach verdammt, der kommt natürlich auch genau auf mich zu. Ich will doch nur hier hoch, irgendwie. Na, jetzt fliegt der weg, da, der Flugsaurier. Kein Skorpion, kein Skorpion, gut. Braver Skorpion, fürs Nicht-Herkommen. Komm mal her, hier. Wäre schön, wenn man die noch anlocken könnte. Ja, es wäre schön, wenn ich den Agi mal anlocken könnte. Boah, es regnet. Kannst du nicht pfeifen? Guck mal in den Optionen, da gibt's doch irgendwie so Pfeifen. Da kannst du die zu dir pfeifen. Das kannst du nur versuchen, wenn er nicht allzu weit weg ist. Komm, dreh zum Land. Boah, jetzt fliegt der wieder aufs Meer raus. Boah, dreht der wieder ab. Ich hab hier einen, der ist aber genau am Ufer. Ich hab Angst, wenn ich einen Eimer hätte, dass er dann bis aufs Weite Meer rausfliegt. Oh, es fliegt nicht gut. Boah. Hab ich ein Glück, dass der ein Low-Level grad war. Ein Kano. Boah, immer daneben. Ich treff ihn nicht. Boah, der war knapp. Komm doch mal ein Stück runter. Hä, der war doch getroffen. Hat doch Blut gespritzt. Ja, der Pfeil steckt ja sogar in ihm drin. Hinten im Fuß. Ey, wusstest du, dass man sich eine Kartenmarkierung setzen kann? Echt? Okay, jetzt hab ich auch hier so einen getamed. Boah, blöderweise nichts mitgenommen dafür. Achso, da muss man nur die Breiten gerade für einen geben. Okay. Boah, weißt du, was der noch ist? Fürbären hatte hier dieser Flugsaurier. War das die Gelben? Äh, du fragst mich Sachen. So, lass mich mal kurz rückwärtsbewegen. Oh, mit Kammer herstellen. Befehl, alle mir folgen. Boah, er verhäuft. Er kommt runter, ich glaub's ja gar nichts. Oh, sehr schön. Jetzt hab ich den einen aber trotzdem angefangen zu tame. Ist das geil. Meine Rettung. Entweder die oder die oder die blauen. Die roten waren's nicht. So, und weil du mich angegriffen hast, wirst du noch gehäutet. Ich häute dich. Na ja, noch mal ein bisschen Leder mitgenommen. So, ich bin wieder auf dem Heimweg. Oh, Schwein gehabt, ey. Also, das geht übrigens mit J. Okay. Also, merke dir, J ist Lebensretterknopf. Jedenfalls in so einer Situation wie bei dir gerade. Hm. Schwein gehabt. Na? Oder kriegt der Fleisch? Glaub ich eher nicht, oder? Ja. Ich fütter unseren Agi gerade mal. Der braucht nämlich Fleisch. Doch, warte mal. Flugsaurier, ne? Ja. Ja, der braucht Fleisch. Ernsthaft? Ja. Ich bin jetzt echt von Bären ausgegangen. Kam mir auch gerade wieder so. Gekochtes? Hm. Gekochtes steigt schneller, aber normales ging auch. Ja, ich glaube, wir haben eh mehr Gekochtes als normal. Warte ich hier wieder zurück, ey. Oho. Anki! Hopps. Und da. Boah, ist das da unten? Ist das ein T-Rex? So viel gekochtes hatten wir gar nicht mehr. Sag ich doch, wir haben mehr Wurst. Ja. Da muss es irgendwas Automatisches geben, dass Fleisch immer wieder nachgefüllt wird. Das ist ätzend, das selber zu machen. Ja, ich stehe gerade vor einem T-Rex. Bloß weg da. Der ist gerade festgepackt. Das sieht interessant aus. Und da hinten hat irgendwas so ein Pronto getötet. Und das war kein T-Rex. Das war nicht der T-Rex, denn der bugt hier gerade fest. Das ist natürlich blöd, ey. Weil wenn der fest bugt, könnte man sich so schön tame. Ich überlege gerade, aber ich habe nichts dabei. Ich werde mir gerade mal überlegen, ob ich den nicht angreife. Ah, jetzt hat er sich wieder losgerissen. Haha. Hahaha. Jetzt geht er auf den los. Alles klar. Was greift denn da hinten als an? Boah, da ist noch ein T-Rex. Merkt ihr die Stelle? Ich merke aber gerade, die buggen gerne fest. Und der bugt gerade im Wasser fest. Ich kann ja in der Zeit, wie ich hier langlaufe. Oh, da hinten ist wieder der Alpha-Raptor. Der ist am Aufräumen. Das sieht schon cool aus, so ein T-Rex. Ja, natürlich. Den will ich auf jeden Fall noch haben. Und einen Säbelzahntiger und einen Affenmensch und einen Frosch. Haha. Die haben alle coole Eigenschaften halt. Aber das Vieh, was da hinten gerade aufräumt, hätte ich ganz gerne. Ah, diesen Alpha-Raptor. Ich spreche aus Erfahrung, die Viecher hier sind mies. Ja, komm, nimm reisig. Ich kann ja ungefähr sagen, wo die Stelle ist. Das ist alles kurz hinterm... Hinterm, äh, Dings. Hinterm Sumpf. Da ist Biber. Ich überlege gerade... Biber? Kenn ich noch nicht. Ja, die sind ja mit dem letzten Patch reingekommen. Aber ich sehe die gerade, die schwimmen hier im Wasserraum. Da kannst du bestimmt, kann man die tamen, da kannst du bestimmt viele Holz farben oder so. Hehehe. Haha. Also wenn du es jetzt mal realistisch sehnst, sind die bestimmt gut, ja. Ich merke gerade, eigentlich bräuchten wir wirklich unsere Dings, ein Hai. Und das ist hier alles den Fluss lang, aber ich glaube da... Ne, ey, da hinten ist zu tief, äh, ist zu... Wir sind an der falschen Stelle des Flusses mit unserem Hai. Ja, das Problem ist, wir kommen nicht hier durch, weil das zu flach ist. Hm. Das ist zu flach. Ich hab Standbild. Ja, toll. Ähm. Jetzt geht's wieder. Boah, das war aber mega leck. Bei dir auch gerade? Nee. Das hatte ich aber auch teilweise, nur... Hm. Komisch. Weiß nicht, was heute los ist. Letzter Zeit eigentlich nicht mehr. So, warte mal, den kann ich doch bestimmt von da unten setzen, oder? Oh! Oh! Ach, die Leiter hab ich ja noch hier dran. Äh, nee, komm ich nicht hin, ne? Äh. So, mal kurz relax... Relaxen. Na, agi, schmeckt's. Oder baue ich mir hier so eine blöde Steinfoundation hin, nur um da hochzukommen? Ist die Frage, ob's dann überhaupt geht. Wo ist denn die jetzt? Da unten soll die rein. So, hier ist dann wieder der Sumpf und hier geht's ab. Ja, bin ich mal gespannt. Na, ist immer noch zu niedrig. Wir müssten uns echt mal so einen Bodentrupp zusammen tamen. Irgendwas, was schnell... Ach du Scheiße, was geht denn da unten ab? Irgendwas, was sich schnell bewegt. Dass wir hier einfach mal ein bisschen, ne? Zu Fuß erkunden könnten. Aber was bräuchten wir da? Ein Raptor. Die waren eigentlich relativ flott, ne? Die waren ganz schnell, ja. Und können im Notfall uns sogar noch verteidigen. Die findet man so selten. Außer du gehst in den Sumpf. Reisig-Dach, Reisig-Wand, Reisig-Wand. Wir haben ja erst mal Koldix gemacht, ne? Ich glaube, wenn ich zurückkomme, packe ich mir ein bisschen Zeug zusammen und... Geh mal ein bisschen... ...in den Sumpf-Sumpf. Ein schräges Holzdach. Ach hier. Eine Rampe. Gibt's da auch eine Reisig-Rampe? Ne, die geht nur aus Holz. Oh oh, ich höre schon wieder Kampfmusik. Wieso kommt die immer, wenn du nicht angegriffen wirst? Verstehe ich nicht. Überladen? Nein. Aber normalerweise musst du eigentlich bald da hinten in der Ferne unserer Hütte. Da ist sie doch. I'm home. I'm home. Bebe. Willkommen zurück. Hat er lange nicht mehr gehört. So. Ich bin zurück. Und damit ist doch leider die Folge zu Ende. Hast du toll gemacht, Agi. Bist du ein braver Agi. Guck mich nicht so an, du hast genug gefressen. Äh, ja. Geil. Warte mal. Was? Agi, wo willst du hin? Warum fliegst du jetzt hin? Dann hätte ich das auch von da oben machen können. Ich dachte, na egal. Kann man jetzt nicht ändern. Okay, und weiter geht's dann hier mit meinem Gang zur Hochebene, vor allem Hochebene, also zu der höher gelegenen Ebene im nächsten Part. Hast du gepfiffen gerade? Ja. Ja, weil die ganzen Viecher unten durchdrehen. Echt? Ja, ich wollte den Agi wieder zu mir holen, weil der ist gerade am sinnlosensten. Ich pfeife die mal einfach zu mir, damit die nicht da ständig gegen das Haus rennen. Aber hey, das funktioniert. Ja, komm. Aber jetzt bitte mal hier wieder auf nicht folgen und so. Und wie es weiter geht, seht ihr trotzdem in der nächsten Folge wie immer. Danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Haut darin, bis dahin. Tschüss.